Augenhöhe. Jetzt auf Augenhöhe. Du brauchst bloß ein Geräusch folgen. Keine Chance. Das leichte Klappern. Du meinst, dass du da vorne vorbeigeflogen bist, hast du ja schon so klappert. Jetzt kommt das Geiste. Schaltet mal wieder auf einmal. Jetzt geht man den Aufwand rein. Du siehst mal, wie der wegsteigt. Du kannst überlegen, der ist voll ballastiert. Hast du das? Hast du das wieder wegsteigt? Mhm. Gibt's gar nicht, oder? Das ist unglaublich, gell? Ja, also den könnte... Das ist Wahnsinn. Das ist doch unglaublich. Man könnte sie hier runterholen. Segen gerade auch. Toller. Es steigt überall, aber es gibt Stellen, so wie da jetzt zum Beispiel, siehst du das? Der steigt im 45 Grad Winkel nach oben weg. Das heißt, der... Schaut mal her, wie hoch der jetzt ist. 100. Da ist der Sonneblatt auch weg, ne? Ja. Das ist Territor. Da sind die Wiese. Da? Ja. Wo du da unterbinden? A gut ist. Das ist nicht die Land. Ja. Okay. Jetzt schau wieder, wie er steigt. Ach, das habe ich ja vermisst. Endlich. Jetzt hatte ich mal da so einen Arm. Doch. Doch. Es ist von mir... Nee, es ist von mir rausgefallen. Da schau es mal an. Ja. 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 Ja.